Hallo, Freunde von www.e-explosive-rocks.de. Wir sind hier live in Baustätten und ich zitiere einen großen Denker, es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier und fliege ich nicht nach Hawaii und bleibe ich hier. Und deswegen sind wir hier in Baustätten, da gibt es Bier und Explosives und deswegen kommt es mit und schaut euch das Ganze mal an. Wir sehen uns. Mmmh, leckeres Essen, aber leider nicht für alle. Hallo, Freunde. Willkommen Backstage hier in unserem Kämmerchen bei www.e-rocks.de. Ich habe hier den Thomas. Hi, Thomas. Hi. Er wird euch kurz mal erzählen, was er denn in der Band so macht. Ja, was mache ich? Ich spiele Gitarre. Das ist im Background. Und dann haben wir ja bei uns 10 Chaoten in der Band. Da muss immer jemand so ein bisschen schauen, was die hier nur Blödsinn machen, dass es ganz ja auch ein gewisses musikalisches Niveau hat. Begegen quasi Multitasking-Talente. Richtig. Willst du deinem Fenster irgendwas sagen? Ja, viel Spaß heute Abend. In Baustätten. In Baustätten. Mit Explosives. Was geil. Achtetten. Das ist der Klaut-Ready-to-partey. Ist das Klaut-Battigze-party? Warte. Das Publikum. Ach, ja. Es sieht so. Ich habe das Klaut-Battigze. Es kann starriert werden. Bitteschön. Hier geht's! Hier geht's! Hier geht's! Komm Wani! Rey! Healt! Dewelle Joy. Ch koy. Dewelle Joy. Abka- Grid! J. R8-Nippad built heupilab deed award. We go tiger. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020